Emilie an der Schneebebe vom Domitie de Présensé, Edition Casterman. Oh, hier nicht mehr treufe, aber es ist die dritte Käufe, die wir in einem Raum zusammenbauen. Bravo! Lass mich nachher sehen, wie viel drin. Wir haben es ganz klein. Annelo, was ist der Schneebebe? Das ist normal. Die Sonne wird der Schnee schmelzen und dann wird es verschwinden. Oh, wie traurig. Hier noch ist es fremd und es ist einfach zu viel schön. Auf einmal gehen wir den Schneebebe in den Frigo stellen. War dann gut, Didi. Demelie geht den Boller wohnen sichern. Wir setzen den Schneebebe an den Wohnen. Annelo, sieh mal um wie viel hin. Schhhh, Mama, der weiss nicht hören. Also, die machen es aus, ohne Comedy zu machen. Und dann machen wir den Frigo eidl. Die Guillaume an den Achthür bringen Spielsachen für den Schneebebe. So, hier ist der Brett. So ist er richtig gut installiert. Mama könnte er sehen. Oh, ein Schneemann! Am Frigo! Das ist nicht menschlich. Das ist unser Freund. Wir wollten ihn so gerne haben. Platz vom Schneemann, als der Börse war nicht kalt, als er nicht schneit, erklärt Mama. Hier wird schmelzen und fortgehen am Winter, weil da könnte es frei gehen. Also, bringen wir den Schneebebe hier raus an den Garten. Und die Schneebebe, bis nächstes Jahr, du musst fortgehen, weil das schon frei gehen kann. Und das wird die Geschichte von Emily an den Schneebebe. Wenn ihr raus an den Schnee geht, wenn die da jetzt auch wärmen, fahrt ihr die dann hier an. Du brauchst einen Mutz, einen Jockett, Händchen, eine warme Schneebuchs, warme Stiefel. Lumpi! Lumpi, mein Hund habe etwas vergesst, was brauche ich noch viel raus zu gehen? Oh, du hast recht. Ich brauche ja noch eine Schale. Aber ja, Lumpi, dann geht es schon, und dann gehen wir auch raus an den Schnee. So, hier auf diesem Bild, du sagst du, der Lumpi. Kannst du mir suchen, was hier in Unhurt? Was gibst du da mal rund um, für raus an den Schnee spielen zu gehen? Also, mir mal, was steht dann da neben dem Lumpi, ob es länger seid? Mit zwei Orangen Oren. Und zwei Arme. Wie nen den Dat? On this picture, you can see Lumpi. Can you tell me in Luxemburgisch what he is wearing? What else do you wear to play outside in the snow? Can you tell me this in Luxemburgisch? Can you tell me in Luxemburgisch who is standing by his side? Sur la photo, tu vois Lumpi. Can you tell me in Luxemburgisch what they wear as clothes? What else do you wear when you go outside in the snow? Can you tell me in Luxemburgisch? Can you tell me in Luxemburgisch the fridge? But mummy was not pleased with it. So they brought the baby snowman back outside into the garden where he belongs. Snow baby will melt away because spring is on its way. Bye-bye everyone, we'll see you soon and we'll be back with another story. Wir hoffen, die Geschichte hat dir gefallen und wir sehen uns als Geschwöneren. Adi!